hallo da draußen und herzlich willkommen in so einer neuen folge emergency 4 fachzug 22 modifikation so wir haben hier durch den verkehrsumfall offen gehen wir jetzt dann so langsam hoffe ich doch mal abschließen also mehr oder weniger wir brauchen erstmal noch ein rtb das ist mal ganz wichtig aber jetzt tun wir jetzt erstmal den einen hier das ist schon mal erledigt das passt schon mal ganz gut so ab ins krankenhaus jetzt gucken wir hier oben hin was ist das sache ja da brauchen wir noch ein bisschen okay dann holen wir uns hier noch einen ja leck mich doch einen rtb dazu um auch unser zweites opfer hier abtransportieren zu können das was den hier den schicken wir in der zwischenzeit mal weg und lassen uns einen asf kommen um das fahrzeug abzutransportieren war der tp an hilfe schönen guten tag leitsteller karls bitte wir benötigen ein abschleppfahrzeug ja wir benötigen ein abschleppfahrzeug das packt der der muss jetzt hundertprozentig fit gemacht werden so ab mit euch ins krankenhaus genau mit blaulicht und hier kollegen einsteigen abmarsch so also mit die was ist das ist mit ihr los jetzt drauf kommen ja laufen wir hier wenn du sowieso immer richtig gehen läuft dann dann lauf doch mal dahin fahrzeug eins hört wir warten nach wie vor noch auf einen rtw aber es kann natürlich auch sein das habe ich gesehen dass die alle möglicherweise im einsatz sind die nahrungsmittelbegiftung ist noch offen der kurzschluss ist noch offen so da hatten wir einen rtw auf status 1 das heißt den rufen wir gleich hier her hier florian karlsbüttel mit einsatz für den rtw 1 dann kriegen wir das in so zusatzbeleuchtung bitte einschalten da kommt nämlich auch der kollege ich habe keine ahnung zu wem der gehört aber wir werden es herausfinden möglicherweise kann auch sein dass er vielleicht auch nur ein faschingskostüm hat und einfach bei der spielewehr bei der feuerwehr und blitzeinschlag na ganz toll so jetzt können wir gucken ob der schnitzel gelernt hat oder nicht und so kommt zackig 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 ich habe ein blitzeinschlag das muss jetzt zackig gehen freunde das muss jetzt richtig zackig gehen wir haben jetzt keine zeit für irgendwelche was weiß ich was ja das muss jetzt wirklich ruck zuck Musst es jetzt gehen. So, der Schnitzel und Trödel. So, ab, parken. Komm, schneller, schneller, schneller. Ab ins Krankenhaus. So, der andere Kobold steht immer noch da rum. So, wir haben hier den Blitzeinschlag. Zack, ähm, ja, okay, also, zack, Verteiler setzen, Tragkraftspritze setzen, wozu auch immer, wir setzen sie, wir probieren jetzt aus, und zwar ein wenig schneller als langsam. Normalerweise, nein, eigentlich könnte ich Tragkraftspritze, ja, nämlich hier Gewässer, ne, und so weiter, an sich. Na komm, wir machen es nach. Das geht jetzt gerade echt ein wenig auf die Nüsse. Entschuldigung, das wollte ich so nicht sagen. Fahrzeug 6, höher. So, da holst du jetzt nochmal einen Schlauch. Einen Standrohr kann man auch setzen, das heißt, wir haben hier irgendwo auch Unterflügelranden. Ähm. So, ich kann hier ansetzen zum Beispiel. Ach, und der Lösch. Da willst du nicht brauchen. Unterlösch. Spritze, sitz. Unterlösch. Ohne, dass ihr irgendwo Wasser ansetzt. Okay. Auch gut. Hätten wir das mal einer vorher gesagt. Und du magst auch, wenn du deinen Apfel gestörst dich sowieso nur. Das ist jetzt keine große Sache. Das kriegen wir auch so hin. So, wer rennt denn hier rum? Ist bestimmt der Notarzt oder sowas. Ernsthaft ist das euer Ernst? Fahrzeug 18, höher. Die haben den RTV stehen gelassen und laufen? Was ist denn jetzt das? Ach, ihr wollt mich doch gerade alle verarschen, oder? Oh, kann das sein? Wollt ihr mich hier ein wenig, ne? So ein wenig, ein bisschen? Nur so ein bisschen vielleicht verarschen? Kann das sein? Aufsitzen. Ich habe jetzt miese Laune. Fahrzeug 6, hört. Macht jetzt bloß keinen Scheißen. Die Sanitäter lassen den RTV stehen. Der Taschendiebstahl wird gemeldet. Und der ist schneller wieder weg als... Ne? So. Illegale Demonstration. Ich erschieße euch jetzt alle. Ähm. Polizei. Ihr Kauluss 01 mit Einsatz für den Funkstreifenwagen 1. Ihr Kauluss 01 mit Einsatz für den Funkstreifenwagen 3. Kauluss 01 mit Einsatz für den Funkstreifenwagen 3. Ihr werdet es merken, was ihr davon habt, wenn ihr euch mit Kriminal-Oberkommissar-Schnitzel anlegt. Dann geht's auf die Mütze. Soge ich euch. Widerstand. Widerstand. Fahrzeug 9, aufhören. Widerstand. 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 Fahrzeug 11, aufhören. Fahrzeug 11, aufhören. Freunde, das wird eng. Die zerschlagen mich. Oh verdammt, ich brauche Polizei, so viel wie geht. Wo ist meine ganze Polizei? Oh Freunde, das geht schief. Schau her. Ja, hat sich ins Auto verkrochen. Ach Leute, findet ihr das nicht wirklich extrem? Das lag da gerade schon wieder bei mir. Ich habe fast das Gefühl, das Auto, äh, das Auto, ähm, das Spiel kackt bei mir gerade schon ab. Also wenn dem so ist. Eieiei, Leute, was ist denn das für ein Scheiß? Ich erschieße euch jetzt alle. Jetzt reicht's mir. Auch jetzt bequält sich da nochmal Streifenwagen mit dazu, ha? So, jetzt. So, jetzt, jetzt aber. Jetzt wird geschossen. Ja, roger. Schon unterwegs? Im Weg. Im Weg. Oh. Oh. Widerstand! 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 Na mach doch was. Lauf weg! Egal wie. Du bist der letzte Polizist in der Stadt! Ja verdammt, lauf! Lauf! Widerstand! 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 Wieuer! Schau mal her. Das juckt dir da ja gar nicht. Doch! Widerstand! Widerstand! Erschieße, lauf, du hast keine Chance, rette dich, rette dich. Das interessiert dem gar nicht, schau her, ich ziele mit dem, auf dem, also, jetzt wird nur noch geschossen, jetzt reicht es mir. Aber das interessiert dich gar nicht, du schau her, komm wir spielen jetzt Slalom, wir rennen jetzt Slalom durch die, du schau her, die steht wieder auf, das werden immer mehr, meine Damen und Herren, das ist Kacke. Ach, das ist doch scheiße, jetzt mal ganz ehrlich, habe ich da nicht noch irgendwie, was weiß ich, sowas wie, Polizei, also mehr davon, ja, Polizei nicht einsatzfähig, einsatzbereit, das kann ich so unterstreiche, was machen wir da jetzt? Oh, jetzt wird es aber, du schau doch mal her, jetzt wird es aber Gonschel, ach Leute, was? Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir heute eine ganz, ganz kurze Folge, weil das ist ja echt Kacke, also, wenn ihr es versteht, was ich meine. In diesem Sinne, kurze Folge heute, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.